Tritra trulala, tritra trulala, Kasperle ist wieder da, Kasperle ist wieder da. Grüß Gott, liebe Kinder. Ach, wisst ihr schon, das Aller, Allerneueste. Oh, ich hab eine tolle Geschichte. Passt auf. Ach, da kommt auch gerade der Seppel, Seppel. Komm her, komm mal schnell her. Ja, grüß dich Gott, Kasperle. Was gibt es denn so Spannendes? Ah, du wirst dich kaputt lachen. Haha, ich weiß was, der Teufel wird die Prinzessin heiraten. Haha, was sagst du dazu? Hm, Kasperle, du immer mit deinen Witzen, weißt du, also, den find ich gar nicht komisch. Unsere hübsche, süße, kleine Prinzessin und den Teufel heiraten. Nein, nein, Kasperle, tut mir leid, da kann ich überhaupt nicht drüber lachen. Haha, das ist ja zum Lachen, dass du nicht drüber lachen kannst, weil das nämlich wahr ist, dass es ganz tiefer oder ernst ist. Jawohl, der Teufel heiratet die Prinzessin, ich weiß es ganz genau. Ach, Kasperle, woher willst du denn sowas wissen? Sowas gibt's ja überhaupt gar nicht. Doch, das gibt's, ich hab's aus aller, 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 allererster Quelle. Aus was weißt du das? Aus aller, allererster Quelle. Das muss ja eine schöne, trübe Quelle sein. Ho, 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 eine trübe, trübe Quelle, ha, du, 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 das sag mal dem Quelle selber, dem, dem, dem Polizisten, der ist nämlich die Quelle Jache. Du wirst dein Wunder erleben, ich ruf ihn, Herr Polizist, wo mein Polizist? Ja, ja, wer ruft, wer, wer will was von mir? Da, da, Sie kommen gerade recht, Herr Schubow. Stellen Sie sich vor, der Kasperl, der behauptet, Sie behaupten, dass... Sie behaupten nie. Also, was ich sage, das stimmt immer. Aber, aber, alleweil, immer stimmt das. Naja, schön, aber der Kasperl behauptet, Sie behaupten, hat er gesagt, Sie behaupten, dass der, der Teufel die Prinzessin heiratet. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt ganz genau. Warte, da, da brechen Sie nicht zusammen? Ich breche überhaupt nicht zusammen. Und das sagen Sie mir so mitten ins Gesicht hinein? Ja, wohinein soll ich's denn sonst sagen, als mitten ins Gesicht? Naja, schön, schön, schön. Also, wohin, überhaupt nicht sagen, sowas gibt's nicht, das darf überhaupt nicht wahr sein. Der Teufel kann nicht um die Hand der Prinzessin anhalten. Ja, also, wenn ich das sage, dann stimmt das. Überlegen Sie doch mal, Herr Schubow, der Teufel, unsere Prinzessin, wie, wie soll denn sowas sein überhaupt? Ja, also, jedenfalls, ich weiß nur, eines gestern hat der Herr Teufel, der Herr Maron Teufel, hat nämlich bei unserem hochverehrten Herrn, äh, Majestät König, um die Hand von seiner, äh, Tochter der Prinzessin angehalten. Und, äh, und, äh, da hat der, äh, Herr König hat dann gesagt, naja, also, wenn Sie das so, so nett machen, sehr, äh, vornehm und freundlich war auch der Herr Teufel dabei, hat er gesagt, also, dann, äh, naja, was soll man da machen, nicht, dann, dann passiert's halt, hat er gesagt. Tschüss, der König hat, hat gesagt, der Teufel darf die Prinzessin heiraten. Jawohl, hat er gesagt, und ich muss jetzt wieder in meinen Dienst, nicht, also, behütet euch Gott. Jetzt läuft er weg, Kinder, jetzt läuft er weg und lässt mich hier stehen mit dieser ganzen Neuigkeit und ich fass mir an den Kopf. Kinder, jetzt muss etwas geschehen, ich kann einfach nicht zulassen, dass die Prinzessin den Teufel heiraten muss, aber was, was, was? Ja, es bleibt gar nichts anderes übrig, Mann, muss das Gold von der Hexe wegnehmen, damit sie's dem Teufel nicht geben kann, und dann kann der Teufel die Prinzessin nicht heiraten, hm, aber ich, ich kann doch allein das Gold nicht schleppen und wegnehmen und, der, der Kasperl muss helfen, da drüben wohnt er, Kasperl, ich ruf ihn raus, der muss rauskommen, Kasperl, komm, ich weiß, du bist da drin, komm raus, komm. Ja, da bin ich ja, haha, gell, jetzt schreist du, haha, jetzt weißt du es, gell, der Teufel heiratet doch die Prinzessin. Kasperl, ich flehe dich an, wir müssen etwas tun, wir, wir müssen der Prinzessin helfen. Ja, meinst du, wir müssen? Ja, wir können nicht zulassen, dass er den Teufel heiratet. Nein, das können wir nicht. Nein, das können wir nicht. Hm, dann können wir's nicht, aber der König kann's. Kasperl, deshalb müssen wir ja etwas tun, der König braucht das Gold und, und dann müssen wir ihm eben das Gold beschaffen, spreche von dem Hexengold, wir müssen das Hexengold wegnehmen, ich weiß nur nicht wie. Hm, 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 da bist du so schlau wie ich, ich weiß es auch nicht. Kasperl, dann lass dir doch was einfallen, mein Gott. Hm, ja, hm, einfallen, hm, mir fällt ein, dass mir überhaupt nichts einfällt. Ach, Kasperl, Kasperl, bitte lass jetzt diese blöden Witze, wir müssen jetzt ganz ernsthaft überlegen, was wir tun. Hm, ernsthaft überlegen, hier, hm. Eieieiei, na, also mir fällt hier nichts ein, das ist das Einzige, was ich weiß. Aber, hm, weißt du was, ich geh in den Wald und, und du auch und, äh, da ist der Förster und der, der kennt sich ja da aus und vielleicht hat er einen Einfall. Äh, ja, wahrscheinlich hast du recht, wir, wir müssen einfach mal in den Wald gehen und uns das alles anschauen und dann sehen wir, wie das funktioniert. Ja also los, Dreh, Draht, oh la la, komm her, wir gehen in den Wald. Haha jawoll, ab in den Wald, da ist schöne frische Luft, da kommen wir auf die besten Ideen. Komm, Dreh, Draht, oh la 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 la. Kinder, da stehe ich arme Kasperl und mitten im Wald, ein Männlein steht im Wald auf einem Bein. Nicht auf einem Bein, wenn ich das anhebe, sitze ich auf dem Hintern. Aber da drüben, das Hexenhaus, schaut nur, wie das da steht. krumm, schief, und oben raucht es raus und man weiß nicht, was rausraucht. Mir ist ganz unheimlich. Geht euch das auch so, Kinder, wenn sowas so ist, dann so, das krummelt so im Magen drin, so, und alles nur, bin ich jetzt hier allein, weil dem Seppl sein Schnürsengel gerissen ist und jetzt musste der erst nochmal zurück. Ich gehe auch zurück, ich gehe auch zurück und hole den Seppl, das ist mir hilfreich, oh, Moment, da kommt, wer kommt denn da? Ah, das ist der Herr Förster, ja, grüß Gott, Herr Förster, ah, grüß Gott, Herr Förster. Ja, grüß dich Gott, Kasper, was machst denn du hier in meinem Wald? Willst du Reisig sammeln für die Großmutter? Nein, ich sammle was ganz anderes, so, ach, Herr Förster, da drüben, sehen Sie das Haus da? Na, das ist das Hexenhaus, das ist schon so ein Kreuz. Seit 500 Jahren steht das hier im tiefen, dunklen Wald. Ja, schon mein Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater hat sich mit der Hexe rumgeärgert, aber man kann ja einen großen Bogen drumherum machen, dann sieht man es ja nicht. Hm, das ist eine gute Idee, haha, ja, kommen Sie, wir machen einen großen Bogen drumherum. Geh mal, geh mal, geh, 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 nein, 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 Kasper, nein, nein, sei kein Feigling, Kasper, sei kein Feigling, sei kein Feigling, sei kein Feigling. Das muss ich zu mir selber sagen. Ach, Herr Förster, ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Was willst du mir ein Geständnis machen? Hast du gestohlen? Ähm, nicht, ich will stehlen. Kasper, du willst stehlen? Na, die Großmutter, die sitzt zu Hause und die weint ja bittere Tränen, wenn du im Gefängnis sitzt. Kasper, das sollte man aber nicht machen. Naja, ich will ja auch gar nicht stehlen, da der Seppel will stehlen. Was, der Seppel will stehlen, den kenne ich doch auch, das ist doch ein ganz lieber netter Kerl. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er Seppel stehlen will. Naja, er will ja auch gar nicht so stehen, er will nur das Gold und weil der König von der Hexe über den Teufel die Prinzessin an... Oh, mein Kopf, nein, ich kriege das gar nicht rein. Der König hat kein Geld und der Teufel hat Geld, nämlich das Geld, was bei der Hexe steht. Und der Teufel will jetzt das Geld von der Hexe, den König bringen und dann kriegt er vom König die Tochter vom König, die Prinzessin und die heiratet dann der Teufel. Und der Seppel will das nicht, dass der Teufel die Prinzessin heiratet. Und darum hat er zum Kasperl gesagt, Kasperl, du musst mir helfen und jetzt muss der Kasperl dem Seppel helfen, dass der Teufel die Prinzessin nicht heiratet und der Kasperl... Ja, das bin ich. Ja, das bin ich. Ich soll helfen. Wie finden Sie denn das? Das ist ja furchtbar, Kasper. Ja. Da müssen wir was unternehmen. Das ist furchtbar, ja. Das ist ganz furchtbar. Kommen Sie, gehen wir lieber. Da haben wir gar nichts mit zu tun. Heißt, Kasper, hiergeblieben. Wir müssen da was gegen unternehmen. Ja, ja, was, Gell? Ja, das weiß ich. Moment, Kasper, da habe ich eine Idee. Ich weiß, ein Hintereingang, ein geheimen Hintereingang beim Hexenhaus. Und jetzt pass mal ganz genau auf, was wir machen. Ja. Pass auf, du gehst nach vorne und rufst die Hexe heraus. Ja, ich ruf sie raus. Ja, und du erhältst dich mit der Hexe. Ah, schön. In derweil, derweil schlupf ich durch den Hintereingang in das Hexenhaus und schaue nach, ob das Gold darin ist. Hm, das ist gut. Hast du das mitgekriegt? Ja, prima, ja. Also Sie gehen hinten hinein und ich gehe vorne hinaus. Genau. Ich meine, ich rufe die Hexe vorne raus und Sie gehen hinten rein. Ja, das ist lustig. Ja, und nachher gehen Sie wieder hinten raus und ich schicke Sie wieder vorne rein. Wunderbar, Jotte, so ist richtig. Ja, prima, das machen wir, Herr Förster. Jawohl. Also dann gehen Sie jetzt hinten und ich gehe nach vorne. Jawohl, machen wir das so. Ja, jetzt geht er fast da hinten rum und ich gehe vorne rum und rufe die Hexe raus. Hexe! Oh, 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 oh. Ich rufe die Hexe vorne raus. Oh, oh, was habe ich denn da versprochen? Hm, ich soll die Hexe rufen. Na ja, was bleibt mir übrig. Ich probiere es halt. Also, auf geht's. Rufen wir die Hexe. Hallo, Hexe, rauskommen. Oh, 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 oh. Nein, 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 so darf ich sie nicht rufen. Da verzaubert die mich ja gleich. Ich muss ganz freundlich sein. Kasperl, du musst sehr, sehr charmant. Du musst lieb sein mit der Hexe. Ja, liebe süße Frau Hexe, musst du rufen. Ja, die heutige Witterrotzen, eine liebe süße Frau Hexe. Ja, das ist gut. Liebe süße Frau Hexe. Liebe süße Frau Hexe. Wer ruft mich da? Na ja, ich, der Kasper. Ach du, der Kasper. Ja, ja, das seh ich. Ja, ich seh's auch. Ja, ich bin's, ähm, äh, ich wollte nur guten Tag sagen und, ähm, und Ihnen gratulieren. Gratulieren? So, wozu willst du denn gratulieren? Ja, wozu, wozu, ja, wo, wozu denn? Ach so, ja, ihr werdet doch jetzt, der Teufel, die Prinzessin heiratet. Das ist doch so eine Art Verwandtschaft und da werdet ihr doch jetzt mit dem König verwandt. Und na ja, das ist doch ein Grund zum gratulieren, oder nicht? Ja, da hast du ganz richtig geraten. Ja, 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 ja. Ich werde jetzt die Schwägerin vom König, äh, äh. Ja, 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 auch mal schwägerin, so eine nahe Verwandtschaft. Ach, das hätte ich gar nicht gedacht. Was muss man denn eigentlich so bezahlen, damit man Schwägerin vom König wird? Da muss man sehr viel Gold haben. Sehr viel Gold an dem ganzen Kasten voll Gold. Hm, großen Kasten, ja, kann man den überhaupt noch tragen? Ja, zwei Männer, zwei Männer können ihn tragen. Oh ja, das ist eine, ah, Frau Hexe, oh ja, fein. Zwei Männer, also so wie Seppel und ich, dann könnten wir ihn ja tragen. Wissen Sie, wir tragen ihn die Kiste hin zum König und dann werden wir doch so ein bisschen eingeschmeichelt beim König und dann können wir doch eventuell noch einen kleinen Taler verdienen. Nein, 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 ich weiß ganz genau, was ihr wollt. Nein, du willst mir das Gold stehlen. Oh, 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 Frau Hexe, stehlen. Ich bin harmlos, wie ein kleines Häschen. Ja, du bist ganz harmlos. Du wirst ganz harmlos sein, wie ein kleines Häschen. Ja. Und ich verzaubere dich jetzt zu einem Häschen. Linsen, Wurz und Schneckengang, hinten kurz und vorne lang, schnitt, schnack. Was ist was? Kasper wird ein Haas. Oh, oh, Kinder, was ist mit mir los? Ich bin ja auch immer so klein. Oh, oh, Kinder, ich bin ein richtiger Haas geworden. Ich bin verzaubert. So eine Schweinerei. Und ich stehe jetzt allein da und der Förster ist weg und kein Mensch redet mehr mit mir. Warte, da kommt der Seppel. Seppel, Seppel, komm her, Seppel. Der hört mich gar nicht. Seppel, du musst mir helfen. Was höre ich denn da, da unten? So ein kleiner Hase, der murmelt ja. Hey, Murmelt, Murmelt, was heißt hier Murmelt? Ich schrei ganz laut. Hörst du mich denn nicht, Himmel, Donnerwetter? Seppel, du musst mir helfen. Schau, was sie mir aus mir gemacht haben. Was ist denn mit dir, kleiner Hase? Was willst du denn? Da fragt er noch. Was will ich denn? Ich will wie der Kasperl sein. Häppel, hilf mir doch. Ich bin doch der Kasperl. Aber, kleiner Hase, red doch keinen Unsinn überhaupt. Seit wann reden überhaupt Hasen? Seit sie Kasperl sind, seitdem reden Hasen. Ich bin der Kasperl. Aber, kleiner Hase, jetzt hör auf. Mit dem Unsinn gehen wir aus dem Weg. Ich muss hier nämlich auf den Kasperl warten. Der muss auf den Kasperl warten. Ja, ist er denn narrisch geworden? Der Kasperl bin doch ich, Himmel, Donnerwetter, du blöder Seppel, du. Ich bin der Kasperl. Ich bin der Kasperl. Ich bin verzaubert von der Hexe. Verstehst du jetzt? Mein Gott, ist das wahr, Kasperl? Bist du der Kasperl? Kasperl, ja. Ja, ich kann dir ja gar nicht helfen. Du Kasperl, dann renn schnell. Geh zu deiner Großmutter nach Hause. Vielleicht, wenn die dich gründlich wäscht, vielleicht kann die dir die langen Ohren und das alles wieder abwaschen, dass du wieder Kasperl wirst. Ja, ja. Oje, den weiten Weg jetzt mit meinen kleinen Füßen hoppeln. Ach, naja, was bleibt mir übrig? Vielleicht kann mir meine Großmutter wirklich helfen. Mach's gut, Seppel. Du, du, warte mal hier, da der Förster ist. Hinterm Haus, der kommt sicher gleich. Musst ja auf ihn warten. Ich, ich renn schnell zu meiner Großmutter. Wiederschauen, Seppel. Ah, da, da kommt der Förster. Herr Förster, hallo, ich bin's, der Seppel. Na, grüß dich, Gottsau. Bist du auch da? Ja, ja, ich hab schon gehört vom Kasperl. Ihr habt nach dem Gold geschaut. Ja, wir haben's sogar gefunden. Es ist im Hexenhaus. In einer großen Kiste ist es herinnen. Ach, wunderbar. Dann gehen wir gleich rein und holen's. Ach nicht, das geht nicht. Wir müssen warten, bis die Hexe weg ist. Ja, und wann geht die weg? Ja, das, das weiß ich nicht. Das, das kann lange dauern. Ui, 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 ui. Das wird ja ne schlimme Wache. Da, da, da bin ich wieder, Kinder. Als ich im Ort war, bei meiner Großmutter, gesagt habe, Großmutter, schau mich an, habe ich gesagt, ich bin der Kasperle. Wisst ihr, was die gesagt hat? Die hat nur geschaut, dann hat sie beide Hände hochgehoben und hat gesagt, Satan, hat sie gesagt, weiche von mir. Was wollte ich machen? Bin ich halt wieder vorne gewichen? Jetzt bin ich wieder da und wo ist denn der Seppel und der Först? Und was soll ich denn jetzt machen? Da muss jetzt was passieren. Ich kann ja nicht ewig in diesem Hasenaufzug rumlaufen. Das geht ja nicht. Ich will wieder Kasperl sein, ich will wieder groß sein und nicht immer so ein Bammel da hinten dran haben. Und da oben diese lange Ohren, wie schaue ich das aus? Ich traue mich gar nicht in einen Spiegel schauen. Das ist ja furchtbar. Ich weiß, was ich mache. Ich gehe zur Hexe und sage, Hexe, jetzt zauber mich zurück, sonst, 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 ja, was sonst, 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 ja, ich rufe den Hund, den Bello, der war doch hier, der Försterhund. Wo ist er denn, der Bello? Den rufe ich, der muss mit und wenn die Hexe mich nicht zurückzaubert, dann sage ich, Bello beißt die Hexe ins Bein und dann beißt er sie so lange ins Bein, bis die Hexe nicht, jawohl, hey, Bello, Bello, vielleicht ist er noch da, Bello. Oh ja, da bist du ja, Bello, komm her, komm her, hey, Bello, Niko, der kennt mich nicht wieder, Hilfe, Bello, Niko, der denkt, ich bin Hase, Hilfe, Hilfe. Ah, da ist ja das Hexenhaus. Na, dann will ich mal meine Gefatterin rufen. Hexe! Ah, da ist ja mein Gefatterteufel. Ah, guten Tag, Hexe, habt ihr alles Gold gezählt? Ah, ich habe das ganze Gold gezählt. Und hundertmal, hundertmal, hundert Dukaten. Ah, das ist so viel, das ist so viel für den dummen alten König, ja, da ist die Hälfte noch genug. Na ja, gut, dann geben wir ihm zuerst mal die Hälfte und die werde ich ihm heute Abend ins Bett zaubern. Ins Bett? Nein, 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 nicht ins Bett, das ist so unseriös, das zauberst du in seine Schatzkammer. Na gut, wenn du willst, dann zauber ich ihm das in die Schatzkammer. Also, wie denkst du dir jetzt den Tag? Ja, also pass einmal auf, ich habe mir das so gedacht. Der Abend beginnt mit einem Empfang. Um Punkt 20 Uhr trifft alles zum Empfang ein. Und dann wird man etwa so um 20.10 Uhr sich zu Tisch setzen. Und die Speisenfolge, die wird sich also zusammensetzen. Aus erstens einer heißen Erbsensuppe mit geeisten Pflaumen. Und als Hauptgericht dann Frankrütter Würstchen mit Vanillensauce. Und dann kommt ein gebratener Hering mit Rosinengeschpeckt. Und als Nachtisch gibt es dann Himbeereis mit gekühltem Sauerkraut. Auf den frühen Appetit, kannst du gerne essen? Das glaub ich dir. Und bis dieses Essen eingenommen wird, da wird es dann etwa 21.30 Uhr sein. Und dann werden wir alle aufbrechen und da brauchen wir mindestens eine Minute, weil der König so dick ist. Und um 21.32 Uhr, da sind wir dann an der Schatzkammer. Gut, um 21.32 Uhr bin ich da und bringe die Hälfte des Goldes. Sehr schön. Aber mir fällt da was ein. Weißt du was, lass doch das ganze Gold auf den Marktplatz kommen. Der ganze Marktplatz muss von Gold regnen und eignen muss es Gold. Wunder. Und dann wird es vom Teufel kommen. Ah, jawohl. Das machen wir. Ach, Kira, jetzt ziehen Sie wieder weg. Die Hexe ist wieder im Haus und der Teufel ist zum Teufel. Und ich sitze immer noch als kleiner Hasen. Denn den Bello bin ich ja losgeworden. Ich bin einfach in einen Wassergraben gehüpft und da hat er mich nicht mehr gefunden. Und dann bin ich zurückgekommen. Und dann habe ich hier hinter dem Gebüsch alles gehört, was die Hexe mit dem Teufel verabredet hat. Uiuiui, was die heute Abend vorhaben. Die wollen ja den armen König richtig reinlegen. Und ich, ich, ich hase jetzt da und kann nichts machen. Und ich will wieder der Kasperl sein. Ich will wieder der Kasperl sein. Ich will wieder der Kasperl sein. Wer lacht da? Ja, Kasperle. Ich bin's. Der Igel. Ja, Igel. Woher kennst du mich denn? Alle halten mich für einen Hasen. Das rieche ich, dass du kein Has bist. Außerdem habe ich dich auch immer rufen hören. Ich will wieder der Kasperli sein. Ich will wieder der Kasperli sein. Und da habe ich mir schon gedacht, dass dich die Hexe verzaubert hat. Du bist ja hier am Hexenhaus. Ja, du bist ein kluge Igel. Und was fange ich mit deiner ganzen Klugheit jetzt an? Jetzt stehe ich da als Has und muss dem Sippel helfen und muss dem König helfen. Und kann überhaupt nichts machen, weil ich immer noch so ein blöder Has bin. Ja, dann zauber dich halt zurück. Ja, 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 zauber dich halt zurück, müsste ich können. Ja, kannst du das nicht? Na, kannst du es vielleicht? Ja, ich kann es schon. Weißt du, wenn die Hexe immer im Wald ist und dann so mal was verzaubert und dann wieder zurückzaubert, da sagt sie immer, pass auf, ich muss mal überlegen, da sagt sie immer, schnick, 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 schnack. Das sagt sie zweimal. Also ich habe schnick, schnack, schnick, schnack, tittl dumm, alles wieder anders rum. Und dann ist wieder alles anders rum. Und wenn es beim ersten Mal nicht geht, muss das halt dreimal sagen, dann wird es schon gehen. Hm, Igel, Moment, wie viel fährt das schnack, schnick, schnick, schnick? Nein, schnick, schnack. Schnick, 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 schnack, schnick, schnick, schnick. Schnick, 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 schnack, tittl dumm. Ist das richtig? Ja. Hm, schnick, schnack, schnick, schnack, tittl dumm. Alles wieder andersrum. Ja. Jetzt pass auf, jetzt geh ich in den Busch. Ich schiniere mich. Schnick, schnack, 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 alles wieder andersrum. Schnick, schnack, 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 alles wieder andersrum. Das macht ja schon ganz richtig, der Kalschbel. Schnick, schnack, 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 alles wieder andersrum. Schau her. Ich bin's wieder. Ha, ha, Igel, wie schau ich aus? Ha, ha, jetzt bin ich wieder der Kasperl. Oje, jetzt müssen wir weg hier. Ui, ich darf ja gar nicht so laut sein, ich bin ja immer noch beim Hexen raus. Und da hinten geht jemand. Du, Igel, kannst du von unten da sehen, wer das ist? Ja, kennst du die nicht? Das ist doch der Förster und der Seppel. Ja, aber die kann man ja gar nicht richtig sehen, die gehen ja so gebückt. Ja, die schleppen ja auch eine schwere Kiste da hinten rum. Ha, ha, die schleppen eine Kiste. Du, Igel, die tragen das Gold fort. Aber das geht ja nicht. Warum geht denn das nicht? Naja, das Gold, das stinkt doch nach Schwefel, wenn das aus dem Hexenhaus kommt. Das riecht doch die Hexe kilometerweit. Ui, 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 und da kann die das ja finden? Ja, das findet die überall, da braucht die ja bloß nachlaufen. Oh, ja, was machen wir denn da? Ja, Igel, da musst du dir noch was einfallen lassen, gibt's ja nicht auch einen Spruch. Ja, also, wir haben ja einen Spruch rausgekriegt, wenn die Hexe hinter uns her ist, um uns zu verzaubern, dann rennen immer viele Tiere über die Spuren hin und her und dann sagen wir immer, Reh und Igel, Käfer und Bär, niemand findet gar nichts mehr. Niemand findet gar nichts mehr? Du, das ist sehr gut. Jetzt ruf alle Tiere zusammen und dann rennt ihr alle über die Spur vom Förster und vom Seppel hin und her und dann kann die Hexe das Gold nicht mehr finden. Hä? Ja, ja, weil du's bist, Kasperle, für dich tun wir das. Ist in Ordnung, ich geh gleich und ruf die Tiere zusammen. Oh, ja, tschüss, Igel. Ah, Kinder, das ist fein, jetzt hab ich's raus. Jetzt kann die Hexe ihr Gold nicht mehr finden und der Seppel hat's. Jetzt passt auf, jetzt, jetzt, es stimmt gut, wenn nicht der Teufel noch dazwischen kommt. Aber da pass ich schon auf. Jetzt, 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 jetzt schaffen wir's. Bis gleich in der Stadt, Kinder. Ich rüche mein Gold nicht mehr. Ich rüche mein Gold nicht mehr. Wo ist mein Gold? Polizei, Polizei, ich will mein Gold wiederhaben. Ja, wer ruft denn da? Ich, ich bin die Polizei. Ich will mein Gold, ich will mein Gold. Ja, nur langsam, alte Frau, was heißt denn mein Gold? Woher wollt ihr denn Gold haben? Das Gold hab ich vom König, das gehört mir. Was, das gibt's ja gar nicht. Das habt ihr wohl gestohlen, was? Oh, das hab ich nicht gestohlen, das hab ich mir ganz ehrlich erzaubert. Was, ehrlich erzaubert? Das soll ich glauben. Du, du bist verhaftet. Ab, ab. Nein, 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 das ist mein Gold. Das hab ich mir ganz, ganz, langsam aus der Schatzkammer des Königs herausgezaubert. Ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Bis es immer weniger wurde, immer weniger. Und bis er gar nicht mehr merkte, wie er immer ärmer wurde. Und jetzt ist er ein ganz armer Mann. Und jetzt muss er seiner Tochter den Teufel geben. Das muss ich dem König melden. Das ist ja nicht die Möglichkeit. Du bist ja eine große Diebe. Nein, 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 mein Gold. Moment, wo ist mein Sebel? Hier, hier ist mein Sebel. Kommst du mit, sofort, sofort kommst du mit auf die Wache. Halt, halt, ja, wo ist sie denn jetzt hin? Jetzt hat sie sich verzaubert. Also das ist doch nicht die Möglichkeit. Wo, wo finde ich sie jetzt? Oh je, oh je, oh je. Ach, Kinder, jetzt bin ich wieder in der Stadt. Ach, wird der König eine Freude haben. Der Seppel mit dem Foster sind auch schon in der Nähe. Und dann bringen die das Gold. Und dann braucht der König seine Tochter nicht mehr dem Teufel geben. Ach, ist das schön. Und vielleicht kann tatsächlich also der Seppel die Prinzessin heiraten. Na, dann gibt er seine Feier. Oh ja, da frage ich gleich den König. Herr König, Herr König, kommt raus, Herr König. Majestät König, kommt raus. Ah, da kommt er. Verruft mich denn hier. Der Kasperl, der Kasperl kennt mich doch. Der Kasperl, es zieht ja wie am Königreich. Sämtliche Schlösser stehen offen. Ja, lass es ziehen, lass es offen stehen. Ist ja eh alles egal. Jetzt feiern wir Hochzeit, Herr König. Ich gratuliere Ihnen auch. Aber lieber Kasperl, bitte, keine Gratulation. Es ist wirklich kein Vergnügen, wenn eine Prinzessin einen Teufel heiratet. Ja, sie heiratet ja nicht den Teufel. Nein, sie heiratet ja den Teufel des Goldes wegen. Ja, aber das Gold hat doch der Teufel gar nicht mehr. Das hat doch das Seppel. Da kommt er auch gerade. Da schaut ein Seppel, komm ran. Ja, ja. Grüß Gott, Herr König. Oh ja, da ist die große Kiste, Schatz. Herr, wir haben es direkt aus dem Wald für Sie geholt. Ganz voll Gold. Herr Verste, komm, stellen wir es hier ab. Ja, Majestät, Herr König. Grüß Sie, Gott. Wir kommen gerade aus dem Wald. Dem Wald geht es gut. Und die Tiere sind auch alle gesund, Herr Majestät König. Der kann gar nichts mehr sagen. Schaut mit dem sein Gesicht an mit der Stauhahn. Jetzt schaut er in die Truhe rein. Gell, die ist voll Gold, Herr König, gell? Das ist schön. Das gefällt euch. Was soll ich jetzt sagen? Kasperl, ich bin sprachlos. Das ist fein. Dann können wir ja heiraten. Dann machen wir eine Riesenfeier. Und jetzt hat der Sippelbräutigam. Und der Sippelherr... Nein, 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 ich bin der Bräutigam von der Prinzessin. Ah, der hat mir gerade noch gefällt. Der Teufel, Teufel, geht zum Teufel. Was? Ich bin der Bräutigam und das bleibt es auch. Nein, das bleibt nicht. Wir haben das Gold und von uns kriegt der Gold das König. Ich protestiere. Ja, ja, protestiere euch, Majestät. Ich darf dich in den Hut treiben. Ich protestiere. Ja, danke schön. Auf das Teufel, Teufel, geht zum Teufel. Auf, 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 auf. Geht zum Teufel. Auf, auf, auf. Kinder, das war schön. Jetzt ist der Teufel zum Teufel geschickt. Majestät, herzlichen Glückwunsch. Jetzt machen wir eine riesig schöne Feier. Ja, mein lieber Kasper, jetzt machen wir eine... Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Trilipra, trulala, trilipra, trulala, Kasperli ist wieder da. Kinder, Kasperli ist mitten im Wald, da dicht ab Hexenhaus. Und heute, heute spiele ich der Hexe einen Streich. Na, ihr werdet's staunen. Da hat doch die Hexe meine Großmutter reingelegt. Stellt euch vor, kürzlich kam meine Großmutter nach Hause aus dem Wald und hat reißig gesammelt. Und als sie den großen Korb voll reißig zu Hause aufmacht, wisst ihr, was drin war? Na, lauter Schnecken und Blindschleichen und so'n Zeug. Na, hat sich meine Großmutter vielleicht geärgert. Und da hat sie genau gewusst, das kann nur die Hexe gewesen sein, die sie wieder ärgern wollte. Na, und jetzt hab ich einen Topf voll Schmierseife mitgebracht. Den schmierig der Hexe vor die Haustür auf die Steinplatten und dann fällt die auf die Nase. Na, pst, ganz ruhig sein. Ich muss ganz leise sein, damit die Hexe mich nicht hört. So, jetzt schön schmieren. Vorsicht, noch ein bisschen schmieren. Ah, da ist noch ein schöner. Ah, das ist eine schöne Schmiere. Ui, ich hör Schritte. Vorsicht, ich glaub, da kommt eine Schmierhexe. Kinder, ich versteck mich im Busch. Ja, ich bin hier. Ich hab doch eben was gehört. Ah, was? Das ist halt nicht so. Au, au, au. Alles tut mir weh. Mein Bauch, meine Nase, mein Pum-Pum. Wodach riecht das hier? Das riecht doch nach Seife. Die Seife, Seife, kann ich nicht leiden? Das stinkt nach Seife. Ich muss mich sofort mit Schwebel abwaschen. Na, warte, ich weiß, wer das gewesen ist. Das ist krass, meine, gewesen. Dich kriege ich noch. Dich kriege ich noch. So eine Geleinheit. Kinder, ich kann nicht mehr. Ich hab mich ja so unterbremsen müssen, dass ich nicht geplatzt bin vor lauter Lachen. Ihr hättet das sehen sollen, wie die Hexin geflogen ist. Ah, das war schön. Ah, das war schön. Was war denn das für ein Lärm hier? Wer ist denn da? Ach, das ist der Igel. Du, Igel, komm her. Da hast du doch so einen Knall gegeben. Ja, das war die Hexe, die ist hingeflogen. Schade, ich hab gedacht, die wär geplatzt. Nein, geplatzt ist sie leider noch nicht höchstens vor Wut. Du, ich hab Schmierseife auf die Stufen geschmiert und dann ist sie auf die Nase und auf den, na ja, hingefallen jedenfalls. Du, das gönne ich der Hexe, weißt du, die ist ja auch immer so, so böse mit uns Tieren, so ganz, ganz böse ist die mit uns. Ja? Warum, was macht die denn mit euch? Das weißt du nicht. Nein, Igel, das weiß ich nicht. Was macht sie denn? Ja, immer geht sie in den Wald und dann zaubert sie. Na, was zaubert sie denn? Ja, die zaubert uns in die Pfanne, dann sagt sie immer sowas, weißt du, wie Schnick, Schnack, was ist was und der Has ist in der Pfanne oder in der Pfanne ist der Has oder Schnick, Schnack, was ist was, in den Tieren fliegt der Igel und solche Sachen und dann, bevor wir uns umschauen, sind wir schon tot in der Bratpfanne von der Hexe und dann frisst sie uns auf. Ja, das ist aber nicht fein von der Hexe. Nicht fein, na, du machst mir einen Spaß. Nicht fein, sagt er da. Da geht es um unser Leben. Du, da habe ich eine Idee. Schau mal, was ich hier habe. Was ist denn das? Das ist eine Rolle Bindfaden, ist das. Und da habe ich eine kleine Klingel. Und jetzt gehen wir los und spannen überall im Wald, wo ihr immer rumlauft, da spannen wir Fäden und die verbinden wir alle mit der Klingel und dann kommt die Hexe und wenn sie kommt, dann stolpert sie über die Fäden und dann klingeln es und dann könnt ihr davonlaufen. Oh, Kasperle, das wäre ja unsere Rettung. Ja, da gehen wir sofort los. Das machen wir gleich. Ja, also komm, komm, gehen wir in den Wald, komm, schnell. Igel, pass auf, es kommt mit deinen Fassen. Ja, Kasperle, ich habe auch schon gerade wieder einen gespannt, alle zu der Klingel darüber. Ja, und warte, jetzt gehe ich noch da in die Ecke. Moment. Kasperle, ich spanne von hier auch noch einen. Ja, Igel, das ist gut und pass auf, da hinten ziehe ich auch noch einen rüber. Du, meinst du, das ist der Faden, den ich jetzt da über den Busch spanne, ob der auch klingelt? Na warte, das können wir gleich probieren. Zieh mal ein bisschen dran. Ja, prima, prima, klingelt er. Gut, gut, gut. Du, geh da hinten noch und da, spann noch einen von da drüben, von dem Baumstamm da rüber. Ja, du, ja, und da drüben, da spanne ich auch noch einen. Ja, ha, 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 und über die Lichtung da drüben spanne ich noch einen weg. Ha, ha, du, das wird prima. Ja, so, jetzt alle hierher, jetzt wo da die Klingel ist. Ja, komm, hier, ich bin schon da. Jetzt alle hier an der Klingel zusammenbinden, dann klingel das immer, wenn die über die Fäden läuft. Ha, ha, ha. Du, Kanzbelle, hast du schon fertig? Warum? Ich höre Schritte. Ja, du, du hörst immer sowas. Nein, nein, du, wirklich, hast du fertig? Ja, ich bin schon fertig. Ja, du, lass uns hinter dem dichten Busch da links verschwinden. Du, ich höre, ich glaube, die Hexe kommt. Ich weiß überhaupt nicht, was heute los ist. Ich sehe heute überhaupt kein Tier, was ich mir in die Panne zaubern kann. Was ist denn das heute so für ein schrecklicher Tag? Hallo? Hallo, was klingelt denn da? Hallo? Das ist ja noch mal so ein Klingeln. Was ist denn das? Mensch, ich lache mir nass. Kasperl, sei ruhig, um Himmels Willen und wenn die Hexe hier um den Busch kommt, dann verschwind ganz schnell weg. Wenn sie dich sieht, kann sie dich verzaubern. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht weg. Ich kugel mich auf dem Boden vor Lachen. Das klingelt doch noch mal. Ich muss doch mal sehen, wo das Klingeln herkommt. Da sehe ich doch einen Faden. Den muss ich doch mal abbeißen. Und da sehe ich doch noch einen Faden. Und da noch einen Faden. Und noch einen Faden. Ich muss doch mal sehen, wo das Klingeln herkommt. Das wäre jetzt denn das gewesen. Das sind ja lauter Faden und lauter Klingeln. Und da sehe ich mich da drin. Das werde ich doch mal sehen. Das ist ja der Kastan. Natürlich. Wieder mal der Kastan. Die Hexe. Die hat sich aber aufgeregt. Ja, sag mal, Kasperl, du willst du nicht endlich aufhören mit Lachen? Du willst ja bald das Lachen vergehen. Ich kann nicht. Alter, so schnell vergeht mir das nicht. Im Moment bin ich noch recht munter. Ja, du wirst nicht verlangen munter sein. Du sollst deine Munterkeit vergessen. Du sollst schlafen. 100 Jahre sollst du schlafen. Linsenwurz und Schneckengang. Hinten kurze und vorne lang. Schnickschnack. Schnickschnack. Was gelogen ist, ist wahr. Der Kastan schläft für 100 Jahre. Was mache ich denn nun? Was mache ich denn nun, dass er vor Sonnenuntergang nicht mehr gewetzt wird? Das wäre ja möglich. Ah, mir fällt das ein, dass ich mich wieder nennen. Ich lasse eine ganz dichte, große Dornenhecke um ihn herum wachsen, damit niemand an ihn herankann. So, Kasperl, jetzt schläfst du 100 Jahre. Kinder, habt ihr das mit erlebt? Jetzt hat die Hexe den Kasperl in eine Dornenhecke hineingezaubert. Wie kriege ich denn den da wieder raus? Wenn der nicht vor Sonnenuntergang geweckt wird, hat die Hexe gesagt, dann muss der 100 Jahre schlafen. Das kann ich ja nicht zulassen. Da bleibt nur eins übrig. Ich muss den da rausbeißen. Ich muss den da rausbeißen. Ich schaff das ja nicht. Ich komm da ja nicht durch, dass ich hin in die Hecke da... Nein, 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 nein. Nein, 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 das hat, das hat kein Wertig. Ich schaff das nicht. Ja, was mach ich nur? Was mach ich nur? Ich muss den... Der Förster, der Förster ist doch irgendein Prinz im Wald auf der Jagd. Ich muss den Förster holen. Ja, das ist die einzige, die einzige Rätung. Förster, Förster holen, Förster. Ja, Prinz, aber mitten im Wald hier, wir können doch, wir können doch hier mitten im Wald noch kein Lager ausschlagen. Es ist heller Nachmittag, da können wir doch noch wirklich ein bisschen jagen gehen, gell? Nein, ich bin doch schon müde jetzt und ich spüre, dass ich hier schon transpiriere. Ich würde doch vorschlagen, dass wir jetzt das Lager aufschlagen, gell? Herr Prinz, Prinz, wir haben so ein schönes Büchsenlicht noch. Da können wir doch noch einen Hasen schießen oder eine Wildsau. Nein, nein, also ich fühle mich bereits nicht mehr so richtig in der Jagdstimmung. Ich bin sehr, sehr müde. Ja, aber das Lager machen doch die Leute, da brauchen wir uns doch nicht... Herr Förster, Herr Förster, Herr Förster, ich bin der kleine Ingelschanz nur runter, Herr Förster. Ja, was machst denn du hier? Bitte, bitte, Sie müssen helfen, Herr Förster. Stellen Sie Ihnen vor, die Hexe, die Hexe, die hat den armen Kasperl in eine Dornenhänge gezaubert. Und wenn wir den nicht vor dem Abend da rausholen, dann muss der 100 Jahre schlafen. Bitte, bitte, Herr Förster, bitte gleich mitkommen, wir müssen den Kasperl befreien. Also, ja, dem Kasperl, den müssen wir helfen. Äh, Bello, Bello, komm, 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 wir müssen dem Kasperl helfen. Ja, ich führe Sie auch. Komm, Herr Förster, komm, uns gehen wir. Ja, dankeschön, Igel, ich komm. Herr Förster, da ist schon, schauen Sie, da ist eine schöne Hecke, bitte, schneiden Sie es auf, schneiden Sie es auf. Ja, ja, mein lieber Igel, das ist aber eine ziemlich große Hecke, weil ich werde jetzt mit meinem Jagdmesser einmal versuchen, da durchzukommen. Ja, bitte. Noch ein weiter. Auch, das ist so was echt schweres, das. Ja, weiter schneiden, weiter. Mein lieber Igel, das schaffe ich nicht, das ist zu dicht, die Hecke. Da kann, ja, was kann uns denn da helfen? Ja, nur eines, der, der, der Prinz, der hat doch ein Schwert. Das ist die einzige Möglichkeit, durch diese Hecke zu kommen. Bello, komm mal her, Bello, komm. Pass auf, Bello, du gehst jetzt zum Lager zurück und holst den Prinzen. Ja? Ja, den Lauf. Das ist vielleicht die Rettung. Denn sonst kommen wir ja da nie durch die Hecken durch. Aber wenn wir jetzt hier so lange rumstehen und die Hexe kommt zurück, dann verzaubert sie uns ja auch. Ich weiß schon, was ich mache. Herr Förster, ich gehe ein Stück in die Lichtung aufs Hexenhaus und pass auf, dass die Hexe nicht kommt. Ich passe gut auf. Ja, Ekel, das ist eine schöne Idee. Aber passt gut auf, dass sie nicht kommt, gell? Ja, ja, wenn sie kommt, komme ich gleich angerannt und dann verstecken wir uns. Ich gehe schon. Sehr schön, sehr schön, ja. Willst du mich wohl loslassen, du Köter? Das ist doch nicht zu fassen. Lassst du mich los? Platz, Bello. Herr Prinz, Herr Prinz, Sie müssen sofort ein Loch in die Hecke schlagen. Wozu soll ich denn in diese schöne Hecke ein Loch schlagen? Der Kasper sitzt dahinter. Die müssen wir rausholen. Ah, ja. Dann will ich mal schnell mit meinem Schwert versuchen, ein Loch hineinzuschlagen. Eins, zwei. Ach, das ist aber doch sehr anstrengend. Wie kommt denn überhaupt der Kasper hinter diese Hecke? Na, die Hexe hat ihn doch verzaubert. Und wenn wir bis Sonnenuntergang nicht rausholen, muss er hundert Jahre schlafen, Prinz. Ah, so, ja, aber das ist doch sehr schön, Schlafen. Doch, Prinz, fällt Sie vielleicht. Aber der Kasper will nicht schlafen, der will raus dann. Deswegen müssen wir ihm helfen. Deswegen müssen wir noch in die Hecke schleimen. Machen Sie bitte weiter, Prinz. Ich will es versuchen, ja. Ich danke Ihnen. Also noch einmal. Eins, zwei. Oh, das ist aber doch furchtbar anstrengend. Bitte, Prinz, machen Sie weiter. Drei. Vier. Also ich kann bald nicht mehr. Bitte, bitte. Ich versuche es noch einmal. Fünf. Sechs. Nein, also ich sehe, das ist jetzt das letzte Mal. Sieben. Es ist nicht mehr möglich. Nicht mehr möglich. Prinz, machen Sie doch weiter. Wir haben doch schon die Hälfte. Nur nach unten müssen wir durch. Bitte, Prinz. Ja, aber lieber Förster, das sind ja noch mal fast über sieben Schläge. Prinz, nur noch sieben Schläge. Ach, also ich will mich bemühen. Man ist doch als Prinz heutzutage ein sehr geplagter Mann. Also gut, also ich setze an. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Wie viel haben wir denn noch? Nur noch zwei Schläge, Prinz. Was denn noch zwei Schläge? Also gut, also hier ist der nächste Schlag und noch ein. Hurra, Prinz. Wir sind durch. Wir sind durch. Wir haben es geschafft. Durch. Prinz, ich sehe den Kasper. Kasper, wach auf. Wach auf. Er wacht nicht auf. Er wacht nicht auf. So geht das auch nicht, mein Förster. Wissen Sie, ich entsinne mich da eines Falles mit einer entfernten Cousine. Die habe ich auch aus einer Dornenhecke frei gehauen und musste sie dann noch wach küssen. Wissen Sie, das geht nur mit einem Kuss. Na ja, bitte schön, Prinz. Denn gehen Sie doch durch und küssen Sie den Kasper, damit er wach wird. Ich, ich, aber ich denke ja gar nicht daran. Ich werde den Kasper küssen. Nein, den mit seiner großen Nase. Nein, also das, das geht nicht. Das mache ich nicht. Das ist mir viel zu unästhetisch. Ja, was soll ich denn machen, Prinz? Ich bin doch viel zu breit. Ich komme doch da nicht durch, durch das, das kleine Loch da. Ja, also bitte, bitte. Da bin ich also nicht dazu bereit. Äh, 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 da verschwinde ich lieber. Äh, auf Wiedersehen. Ja, was, was mache ich denn jetzt? Jetzt stehe ich hier vor der Hecke, Loch ist drin. Und der Kasper, der schläft da. Was, ich komme da nicht durch. Moment, Moment, äh, Bello, Bello, pass auf. Du gehst jetzt durch, durch die Hecke und küscht den Kasper, damit er wach wird. Ja? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Warum bist du mir aus dem Gesicht? Du, 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 du. Ja, das schläft hier. Ja, das Ganze, du, 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 du. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Oh Gott, der, 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 der. Oh, je, je, das war ja ein Bad am Frühmauern. Wo bin ich denn überhaupt? Hey, zeh. Ui, ich lieg ja mitten in einer, in einer Hecke, ah, der Herr Förster ist da. Ui, jetzt fällt mir alles wieder ein, die Hexe hat mich ja da reingezaubert. Ui, jetzt muss ich gleich durch die Hecke kriechen. Moment, Herr Förster, ich komm schon. Ja, komm her, komm her, Kasper. Ah, ja, haben Sie mich befreit? Schönen, schönen Dank, Herr Förster. Oh, bitte, 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 bitte. Das hat den Bello, den Bello hat das gemacht. Komm, Bello, Fuß. Ja, Bello, ja, du lieber, lieber Hund. Du bist ein Braver, du kriegst auch eine Riesenwurst von mir. Nein, 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 ich meine eine Riesenwurst von mir. Ach, das muss gerecht werden. Ja, die Hexe, der spielt ja einen Streich. Hat die mich doch un... Wissen Sie, was ich mache? Die schicke ich auch hundert Jahre in Schlaf. Haha, ich weiß ja jetzt, wie man das macht. Hm, das geht ganz einfach. Dann nehme ich den Zauberstab von der Hexe und dann zaubere ich die auch in Schlaf. Ja, wie wirst denn du den Zauberstab von der Hexe bekommen? Das ist doch unmöglich. Ja, wie kriegen wir den Zauberstab von der Hexe? Hm, hm, Bello, 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 du, 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 geh, geh doch ins Hexenhaus und dann liegt der Zauberstab von der Hexe bestimmt irgendwo auf dem Tisch rum. Denn ordentlich sind Hexen nie. Die hat den bestimmt wohl liegen. Hast du verstanden, Bello? Ja, das war's los. Du guckst cool in Schauberschaft. Ah, hast du, das wird ja fantastisch. Haha, jetzt, jetzt zaubern wir die Hexe in hundertjährigen Schlaf. Ja, Moment, Zauberstab, und da muss man ja was dazu sagen. Hm, was hat denn die Hexe gesagt in meinem Fall? Da, da war doch was, da war doch was, da war doch was. Hm, hat sie gesagt, hat sie gesagt. Ah, ja, ja, ich weiß schon. Schneckenwurz und Linsengang. Nein, Herr Förster, gehen Linsen? Können Linsen gehen? Na, das können Sie nicht. Nein, das können Sie nicht, nein. Also, dann muss es umgekehrt heißen. Dann muss es Wurzengang und Schneckenlins. Nein, das ist auch Quatsch. Linsengang und Schnecken. Linsenwurz und... Ha, ich weiß es. Linsenwurz und Schneckengang. Hinten lang und vorne noch länger. Nein, das stimmt nicht. Das reimt sich ja nicht. Das reimt sich nicht. Nein, dichten tut es auch nicht. Linsenwurz und Schneckengang. Hinten kurz und... Und vorne lang, ja. Ja, jetzt hast du es. Jetzt hast du es. Linsenwurz und Schneckengang. Hinten kurz und vorne lang. Was war denn da noch? Überleg doch mal, Kasch, weil du hast es doch gehört. Ja, ich habe es gehört. Da hat irgendjemand was gelogen. Gelogen, nicht lügen, ist wahr. Und das reimte sich nämlich auch Jahre. Die 100 Jahre, die waren wahr. Moment. Linsenwurz und Schneckengang. Hinten kurz und vorne lang. Was gelogen ist, wird wahr. Der Kasperl schläft... Nicht aussprechen, nein. Das muss jetzt heißen, die Hexe schläft... Ah, ja, sehr gut. Der Hund, aber Kasch, du hast es ja jetzt. Ja, und wenn jetzt der Bello noch kommt, da kommt er ja schon. Bello, hast du den? Er hat den Sauerstoff. Er hat ein feines Hutchen. Ja, Bello, prima. So, jetzt gehen wir zur Hexe und schicken sie in den Schlaf. Na, das wird mir auch frei sein. Herr Kasperl, Herr Fürster, Herr Kasperl, Gott sei Dank, dass du hier außen bist. Ja, grüß dich. Ey, du, pass auf, die Hexe, komm, die ist Fuchsteifelswil. Und da warten wir doch drauf, Igel. Ja, der hat aber jemand den Zauberstaffel genommen und ist halt, komm, die. Ja, das war doch wie der Bello hat dich geholt, jetzt so zaubern wir die Hexe. Ja, dann versteckt euch aber bloß, mir zittern schon die Knochen und die ganzen Stacheln auf dem Leib, wenn ich an die Hexe denke. Na, nur keine Sorge, Igel. Wir verstecken uns schon. Warte nur, die kann jetzt gleich kommen. Mein Zauberstaffel ist weg. Mein Zauberstaffel ist weg. Ich habe das auf einen Hund gesehen. Wo ist mein Zauberstaffel? Was ist denn das? Die Hecke. Ja, da ist ja ein Loch in der Hecke drin. Ja, da muss ich doch sofort nachsehen, ob der Kastner noch drin ist. Ja, da muss ich mal gleich meinen Kopf in die Hecke stecken, so. Aua, aua, das piekst aber. Ich komme schon rein. Jetzt schlupscht die Hecke. Aha, die Hexe in die Hecke. Aha, jetzt einen Print mit dem Stiefel in den Händen. Hey, ja, ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, jetzt ist die Hexe in der Hecke. Ha, ha, ha. Und jetzt, jetzt spreche ich schnell. Linsen, Wurz und Schnecken, Gang. Hinten kurz und vornen lang. Was geloben ist, wird klar. Die Hexe schläft für hundert. Ja, ha, ha, ha. Herr Förster, Herr Förster, kommt's raus, schnell kommt's. Was ist denn los, Kasper? Was ist denn los? Kommt's nur her, schaut mal durch das Loch durch in der Hecke. Die Hexe, die Hexe, sie schläft. Hört ihr das? Psst, holt's mal. Tatsächlich? Das ist doch herrlich, Kasper, da hab ich ja hundert Jahre Ruhe. Okay, da freust die Aufbindung. Seid's nur ruhig, seid's nur ruhig, ihr weckt mir die Hexe ja wieder auf. Kasper, da brauchst du keine Angst haben, solange du sie nicht küsst, wird die nimmer wach. Ganz bestimmt nicht. Das machen wir gewiss nicht. Geh, Herr Förster, jetzt gehen wir alle idel Förster, jetzt gehen wir feiern. Hundert Jahre Ruhe, mein Kind, da ist das schön. Auf Wiederschauen, auf Wiederschauen. Hundert effective los. Hierffone zum am요 jak. Alle 옆 namen. Oh ne! Langes permitsel. Komomen bei. down.